Was kann ich dagegen machen, wenn ich mich schäme, in der Arbeit oder Schule zu beten aufgrund der Reaktion der Menschen? Hier musst du dich überwinden einfach. Egal, was die Menschen denken. Einfach das mal überwinden und dann beten. Sollen die alle hüpfen gehen? Oder bete irgendwo, wo dich keiner sieht. Man findet immer irgendwas. Und wenn einer vorbeikommt, hat er Pech gehabt. Und die Reaktionen sind sowieso nie so negativ.